Bromapoykma ist mein erstes Klub. Ich bin immer Ajax. Bromapoykma. Und dann Gottenburg. Ich habe einen Bruder, ich habe einen Bruder. Gegen welches Team erzielte Davy Klaassen sein erstes Tor für Werder? Für mich war das eine einfache Frage. Das war gegen Augsburg. Die 3-2-Tore. Drei Punkte. Was sagst du dazu? Ja, das offizielle Tor. Das bedeutet ja, das ist richtig. Das ist ja das erste Tor. Ja, das erste Tor. Das zählt nicht eigentlich, oder? Ich war im Urlaub in dieser Zeit. Ja, genau. Und ich zählte das Tor gegen Bielefeld auch nicht, weil das war kein Pflichtspiel. Ja, das erste Punkte. Danke. Gegen welches Land erzielte Ludwig Augustinsson bei der WM in Russland ein Tor? Ey, das habe ich gesehen, mit rechts. Was? Ey, das ist schwer, ey. Ich sage... Denke an die Gruppe. Ja, ja, ich weiß. Ich sage doch Mexiko. Boah! Boah! Lecker, Jungs. Sehr gut. Sehr gut, Bruder. Sehr gut. Okay, nächste Frage. Ja. Ah, welche Trikotnummer hatte Davy Klaassen bei Everton? Uff. Uff. Boah. Ja. Das war eine schwierige Frage. Äh... In Bremen hat er 30. Aber in... Und Ajax hatte ich? Äh, 10. Okay. Uff. So dann? Ich glaube, dass... Rune hat 10 in Everton. Ja. Und dann Davy hat 20. Ja. Uff. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Lecker, Jungs. Geht gut. Nennen alle Vornamen von Ludwig August Stinson. Ei, ei, ei. Aber ich habe gesehen auf diese... Ja. Aber das war zu viele. Es waren vier oder so drei. Ja, ja, ja. Ludwig war nicht der Erste. Nein. Aber es gibt es in Schweden. Es gibt... Ja, keine Ahnung. Das ist... Ja, weiß ich nicht. Das ist so schwierig. Was war? Hans-Karl Ludwig. Hans-Karl Ludwig, ja. Welches Stadion ist das? Was? Was ist das? In ganz Europa oder nur Deutschland? Das ist ein Bundesliga-Stadion. Vielleicht Frankfurt? Ja, vielleicht Frankfurt, ja. Nicht Schalke, ja. Nein. Ich glaube Frankfurt. Ja, ja. Sagen wir mal Frankfurt, oder? Ja. Frankfurt? Ja, Frankfurt. Uff. Ah, ja. Ah, okay. Ja, Mercedes-Benz Arena, ja. Ja. Scheiße Arena. Wann wurde Werder Bremen gegründet? Wann ist es? Wann ist es im nächsten Monat, ja? Und dann ist es 120 Jahre, so... Ja? 1899. Ja? Absolut richtig. Doppelte Punkte, oder nicht? Doppelte Punkte, wenn du das Datum genau weißt. Ja, vierte. Februar. Bruder. Du bist eine Maschine, Bruder. Geht gut. Einfach einfach. Okay, nächste Frage. Wer fällt? Das ist Maxi oder nicht? Maxi hat getroffen? Ja, das ist Maxi, ja. Ja. Ah, ja. Ja, das ist Maxi. Natürlich. Maxi hat getroffen. Stopp. Wer schoss das erste Tor der WM in Südafrika? Das ist Chabalala. Ja, Chabalala. Ja, Chabalala. Oder? Ja. Das war super Tor. Super Neuroa. Welches Stadion ist das? Freiburg, oder? Ja, das ist ganz klein, oder? Nicht in Deutschland. Was steht hier drauf? Steht etwas auf der Decke, oder? Nein. Ich weiß nicht. Kann auch vielleicht Everton sein, weil das kann, weil dieser Park ist. Dann ist Liverpool da. Ah, vielleicht nicht, oder? Kann, aber ich muss noch irgendwann gut schauen. Ich weiß nicht, ey. Oh, vielleicht Kopenhagen, oder? Das musst du wissen, das kann ich nicht wissen. Ja, ich glaube, das ist Everton, das ist so die... Nein, das ist die andere Seite. Aber in Kopenhagen haben wir ein Stadion hier. Das ist kein Everton. Nicht Everton, oder? Ja, keine Ahnung. Kopenhagen, ja. Ja? Nein, wir haben keine Ahnung. Okay, Kopenhagen. Kopenhagen. Aber die andere Seite von Everton war schon... Liverpool ist hier. Ja. Ist das Anfield? Ja. Ja, Liverpool ist dahinter. Okay, wow. Ja, scheiße. Zu welchem Verein gehört dieses Wappen? Das ist von... Saint-Etienne, von Franz. Ja? Okay. Nicht Rapid Wien, oder? Nee, anders glaube ich nicht mehr. Ja, ich... Ja, das war mein erstes... Saint-Etienne? Ja, Saint-Etienne. Hey, Davy. Lecker. Alle deutschen Zweitligisten. Ja, voll los. HSV, St. Pauli. Magdeburg. Außen, Aubern. Sandhausen. Dresden. Dering, Mann. Hey, das war... Uff. Das war schlecht. Schlecht. Wie viele Punkte? 14. 14. Okay, gut. Hallo, wir haben einen Quiz gemacht. Und wenn das euch gefallen hat, dann abonniert hier. auf zwei bis 3 bis 40 bis 4. 0,005.